Herzlich Willkommen zurück bei Delmel Cry HD Collection mit Auftrag 11, Schicksal. Oh, mal gucken wir mal, ob wir was machen können können, was schön ist. Ifrit, Alistair. Ich kenne mich schon mal mehr mit Ifrit. Schlag 13, Level 2. Routos. Ja. Mal gucken, mal los, Level. Das ist ein Hang-On. Ach schön. Ja. So. So, so. 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 Das war's für heute. Was zum Henker war das denn gerade? Der Heilige. Das war's für heute. Könnte es sein... Tafel? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Zeichen der Keuschheit. Sieht eher aus wie ein Gehirn aus. Das war's für heute. Das geht. Das gibt Punkte. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt macht's ein komischer Sinn zum Typ. Scheinbar nicht. Gut. 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 Ja! Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie kommen wir jetzt da an? Die bescheidensten Fallschule. 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 Die bescheidensten Fallschule.